Als wir im Büro des Direktors waren, waren draußen eine ganze Gruppe von Schülern, die uns beschimpft haben und bedroht haben. Und das war das erste Mal, dass mir klar war, dass ich jüdisch war. So, die Träne kommt. Die Menschen entscheiden immer, ob sie ihre Kinder inbauen. Ich habe meine Eltern auf dem Westbahnhof gesagt. Im letzten Moment hat jemand, ein Mann, einen 3-Jährigen auf mein Platz gelegt und sagte, schau ihn an. Als ich den Nobelpreis bekam, läutet das Telefon immer. Und viele waren von Wien. Wunderbar. Und an der österreichische Nobelpreis habe ich ihnen gesagt, nein, das ist falsch. Das ist ein amerikanischer Nobelpreis, ein jüdisch-amerikanischer Nobelpreis. Austria hatte keinen Interesse in mir für 70 Jahre, nachdem ich ging. Und all of a sudden, bin ich dieser Rockstar. An sich wollte ich das deutsche Jahre lang gern verlernen. Es ist mir nicht gelungen. Und schließlich habe ich mir gedacht, eigentlich wozu? Es ist mein Erbe. Und ein wertvolles Erbe wirft man nicht weg. Ich habe ein Gefühl, wenn ich zurückgekommen bin, dass das ist Heimat. Ich bin nicht wirklich glücklich für 1938, aber ich bin glücklich für die viele Dinge die eine gute Leben gemacht haben. Ich bin nicht glücklich für seine Liebe.